Das heißt, da ist nirgendwo ein Parkplatz. Und du bist jetzt permanent online, weil du bist ein Influencer, oder was? Nein, ich habe mich testen lassen. Für was ist die Kamera? Wegen meiner Therapeutin. Weight Watchers, oder was? Ich bin doch einmal für sich ein angenehmer Mensch. Geht so. Aber kaum sitze ich im Auto wer zum Arschloch. Nein, da kann ich dich beruhigen. Du brauchst dich gar nicht ins Auto zu setzen, dass du da Arschloch wirst. Danke. Schau, ich habe doch den Führerschein gleich gar nicht gemacht. Ach so? Du weißt doch, wie lange man wegen Mord sitzt. Der Therapeutin sagt, ich soll mich vielmehr, wenn ich auszucke. Aha. Und dann soll ich mich schämen. Und das hilft? Total. Wappler! Na siehst du es, die hätte ich schon überfahren. Gibt es doch nicht No-Rechts-Regel? Ja, aber doch nicht am Zebrastreifen. Ach so, da ist Kriegsrecht, oder was? Von einem Leih-Roller lass ich mir überhaupt nichts sagen. Die Dame ist also was besseres, weil sie ein eigenes Gefährt hat, oder wie? Die Dame braucht keine scheiß-giftigen Batterien. Ökodusse-Depate. Barschloch! Super wäre es, wenn ihr euch beide einfach schleichen würdet. Halt doch die Pappen! Mit einem Auto rede ich ja gar nicht. Ja. Und es ist auch gut, dass sie mit einem Auto nicht reden, weil sonst kommen sie nämlich nach Gugging! Und wenn ich sie überfordere, dann kommen sie nicht einmal bis nach Gugging! Ich freue mich schon auf das Video. Können Sie bitte weitergehen? Ich habe es eilig und brauche dringend einen Parkplatz. Sie sind in Wien eilig und steigen ins Auto? Sie sind ein kleines Genie, gell? Können Sie gleich zeigen, was ich für ein Schwenie bin? Du musst die Form aussteigen, bin gut. Schauen Sie so teppert! Wie in den Spaziergängen. Es unnädigend. Genau, verbieten wir alles. Scooterweg, Skateboardsweg, U-Bahnweg. Ganz Ihrer Meinung, Ziprolet. Wahrscheinlich sind Sie jetzt so blöd für den Führerschein. Nein, war ich nicht. Was ist mit Ihnen, Leute? Ja, schauen Sie halt. Was, ich soll schauen? Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Ich soll schauen? Jaja, budel dich nicht so auf. Ihr fahrts ja wirklich wie die Wahnsinnigen. Ihr fahrts in der Fuß zur Slalom. Also schön ruhig sein. Und was ist überhaupt mit Ihnen? Wie in den Fußgängern? Ich wohne aber in Mödling. Sagen Sie, äh, fahren Sie weg? Ja, gleich. Danke. So, und jetzt gehen wir, gehen wir, damit die Damen und ich meine Ruhe ausparken kann. Kein Stress, Alter. Ja, Alter, sagst du sicher nicht zu mir. Sagen Sie, äh, fahren Sie auch weg? Ja, gleich. Danke. Lieber Kerl. Was ist jetzt mit dir sinnlos auch? Ich freu mich schon auf das Video. Ups. Du siehst, gehen wir schon vorher weiter mit deiner Schrottschiesel. Ja, bitte geben Sie uns noch eine Sekunde. Ich muss nur schnell was klären. Es geht gleich weiter. Schön ist heut. Herrlich. Nicht dratschen. Fahren! Ihr sollt sich füllen, dann hätt ein Grund zum Genieren. Und die Leute haben alle keine Manieren mehr. Das Problem ist, dass alle glauben, dass die Straßen innen gehören und dann im Auto die Behörschung verlieren. Ich freu mich schon so auf das Video. Und wieder alles mit ihren depperten Autos zu packen. Sag mal, was habt ihr alle gegen die Autofahrer? Ja, nix. Sind alles nur Trottel. Schau nicht so deppert. Und ist's gut, der Fahrer? Koffer. Und die Radler? Öko-Koffer. Aha, sagen Sie, und wen heißen Sie so? Ich bin da eigentlich ganz flexibel. Jetzt zum Beispiel heiße ich alle Fußgänger. Jetzt die Radlfahrer. Jetzt die Autofahrer. Jetzt die Autofahrer. Und jetzt alle Mütter mit Kinderwägen. Das sind überhaupt alles Funsen. Erst, Rechtsregel! Haha! Du, äh, es tut mir leid, aber ich hab's eilig. Ich geh zu Fuß. Erst. 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 Idioten mit ihren depperten Radln. Selbsterkenntnis ist der beste Weg zum... Ah! Waschloch! Ach so, das bist du. Ach so. Bussi, Baba. Und schick mir dann das Video, gell? Das ist ein Trottel. Bussi! Trottel. Und auch so... Tief. Ach so, das paar Laufe Das wird erstens � diaphragm im September Dollarschi Vielen Dank.